Wir sind ja hier auf den Entwicklungstagen vom Institut Ritter. Das war mein Preis beim zweiten Platz vom Jungmakler Award 2018. Und ich habe mir erstmal wenig darunter vorstellen können, was wir hier überhaupt machen. Aber es ist wirklich sehr interessant, welche Impulse man hier bekommt für die Persönlichkeitsentwicklung und auch für die Unternehmensentwicklung. Und wir haben heute unsere Zielplanung für die nächsten drei Jahre im Bereich Unternehmensentwicklung und Mitarbeiterbindung und Persönlichkeitsentwicklung getroffen. Und da kann man nur sagen, hat sich gelohnt, dass ich doch letztes Jahr beim Jungmakler Award mitgemacht habe. Da kann ich euch nur empfehlen, macht das genauso. Weil das war wirklich hier eine gute Geschichte. Ich bin gespannt, wie viele Umsätze und neue Impulse sich daraus jetzt in Zukunft noch ergeben werden. Wenn ich diese ganzen Prozesse umgesetzt habe, die wir heute beigebracht bekommen haben. Ja, ansonsten gerade ist ein bisschen windig. Wir stehen hier mitten an der Ostsee. Also eine schöne Location gab es noch oben drauf. Und jetzt geht es gleich rein zum Mittagessen und ich freue mich drauf.